Egal, ob bei unseren Kundinnen und Kunden das Glas Wasser halb leer oder halb voll ist. Ob sie mit glasklarem Trinkwasser ihren Durst löschen, ihr Lieblingsgericht zaubern oder eine kurze Auszeit nehmen. Es sind immer wir. Es sind immer wir. Ob sie sich erfrischen. Einen Sommer wie damals genießen oder sich um andere kümmern. Es sind immer wir. Es sind immer wir. Ob sie zwischendurch einen klaren Kopf brauchen oder wenn die Menschen es einfach nur genießen wollen. Es sind immer wir. Es sind immer wir Trinkwasserversorger, die all das möglich machen. Die unzähligen Wassermeister und Wasserwarte, die sich Tag für Tag um höchste Qualität kümmern. Die 81.000 Kilometer Versorgungsleitungen, die von uns in Schuss gehalten werden und die die kostbare Ressource gut geschützt von der Quelle bis zu den Kundinnen und Kunden bringen. Es ist unser unermüdlicher Einsatz und unsere hohen Anforderungen, auf die sich die Österreicherinnen und Österreicher verlassen können. Tag für Tag, ein Leben lang. Ich finde, darauf können wir sehr stolz sein. Das wollen wir heute feiern. Wir von der ÖVGW-Geschäftsstelle wünschen Ihnen einen schönen Trinkwassertag 2021.